Ich glaube, hier ist dicke Luft. Ich habe gehört, der Chef will Tacheles reden. Schauen wir mal lieber rein. Es ist nicht zu glauben, hier Verkehrschaos wegen Impftermin, Speirer-Schuhhändler mit Marketing-Coup. Und was höre ich von euch? Leads hier, Impressions da, alles Marketing bla bla. Ich zeige euch, wie das geht. Hier Mercedes-Benz V220 ist ein Sputnik V220. Kia Sportage mit Tech-Paket, Biontech-Paket. Und das ist ja wohl ein Selbstläufer Opel Astra. Auf hier Zeneca. Und jetzt will ich nichts mehr hören. Auf an die Arbeit. Was ist denn eigentlich hier los? Ein Hund im Büro? Über 2 2 Bis zum nächsten Mal.